Ione ist eine Insel der inneren Hebriden in Schottland. Ione bildete über Jahrhunderte das geistliche Zentrum Schottlands. Geografie Ione liegt rund 1,6 Kilometer westlich der größeren Insel Mull und ist 8,8 Quadratkilometer groß. Die höchste Erhebung ist der 101 Meter hohe Donnie. Rund 125 Menschen lebten 2001 auf der Insel, die meisten im Hauptort Bail-Mor. Geschichte Die Besiedelung der Insel Ione lässt sich bis in die Stein- und Bronzezeit zurückverfolgen. Der älteste überlebende historische Beleg ist der kleine, 3000 Jahre alte Grabhügel Blabuete neben Bail-Mor. Es gibt einen eisenzeitlichen Ringwall auf Don Bujeg an der Westseite der Insel. Der Hügel Donnie in der Nähe der Abtei hat keine Spuren einer Befestigung. Ob Don Bujeg noch besetzt war, als Kolumban kam, ist unbekannt, aber es ist unwahrscheinlich, dass er die Insel hier vorfand. Im Jahre 563 kam Kolumban mit zwölf Männern von Irland nach Ione und gründete dort das Kloster Ione Erby. Von Ione verbreitete sich das Christentum in Form der sogenannten keltischen Kirche in Schottland und Nordengland. England. Vermutlich wurde das Book of Cates, welches als eines der kostbarsten Bücher gilt, im 7. oder 8. Jahrhundert auf Ione verfasst. Ione war geistiges Zentrum der keltischen Kirche, zu ihren Anhängern zählten die Kaldeer. Ione galt mehrere Jahrhunderte lang als heilige Städte. Schottisch-Irische und norwegische Könige sollen auf dem Friedhof reilich O3 bestattet sein. So war Ione Begräbnisstätte der Könige von Dariada und ihrer Nachfolger, der frühen Könige von Schottland. Der letzte von diesen war der aus Shakespeare's gleichnamigem Drama bekannte Macbeth. Zahlreiche Kreuze entstanden zu dieser Zeit auf Ione. Viele wurden später von puritanischen Gruppen ins Meer geworfen. Das St. Jones Kreuz aus dem 8. und das St. Martins Kreuz aus dem 9. Jahrhundert existieren noch dazu einige Fragmente. Die keltische Klosteranlage bestand bis ins 11. Jahrhundert. Sie wurde durch Wikingerüberfälle zerstört. Im 12. Jahrhundert unterlagen die Kaldeer den nordwärts drängenden Anhängern der römisch-katholischen Kirche. In der Folge entstand ein zweites Kloster 1203 als Benediktinerabtei und Kathedrale der Inseln. Das Kloster bestand bis in die Reformationszeit, verfiel dann und wurde ab 1939 wieder aufgebaut. Im 19. Jahrhundert wurde auf Ione grüner Marmor abgebaut. Der Steinbruch ist heute noch vorhanden. Theodor Fontane besuchte die Insel 1858. Er beschrieb die Insel und ihre Geschichte in seinem Buch Jenseit des Tweed. 1938 gründete George MacLeod Pfarrer der Church of Scotland in Gowan auf Ione die Ione Community, eine christliche Gemeinschaft. Die Mission und soziale Arbeit betont, Ziel der Arbeit dieser Gemeinschaft ist es, neue Wege zu finden, die Herzen aller zu erreichen. Die Gemeinschaft tut dies vor allem durch Jugendarbeit, neue Lieder, Gottesdienste und Gottesdienstbausteine sowie Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden. Zu ihren Aktivitäten gehörte der Wiederaufbau der Abtei. Der frühere Vorsitzende der Labour Party, John Smith, wurde mit einer Sondererlaubnis auf Reilich-Odrein bestattet. Verkehr Von Fionfurt auf Moll fährt eine Fähre in rund zehn Minuten nach Ione. Auf Ione ist die Nutzung von Kraftfahrzeugen nur Einheimischen gestattet. Sonstiges Ione war eine der bevorzugten Landschaften des schottischen Malers Francis Cadell, die eine zentrale Rolle in seinen Landschaftsbildern nach 1912 einnimmt. Eine schottische progressive Rockband nennt sich Ione. In ihrer Musik beziehen sie sich auf die Insel und ihre Vergangenheit, unter anderem in einem Konzeptalbum über das Book of Kells Galerie.